Willkommen zurück, meine hochwerten Zuschauer, zur Kropka-Echsen-Menschen-Kampagne der Milliardengrauen-Skaiden. Die Skaiden stehen vor der Türe, aber der goldene Turm ist gewappnet. Die Frage ist nur, wird er genug gewappnet sein, um diesen hordenden Skaiden-Armeen entgegentreten zu können? Einfach wird es ganz sicherlich nicht werden. Und ich glaube, in meiner Panik schicke ich jetzt diese Armee, so schnell es geht, in den Norden. Denn in der letzten Runde haben wir die zwei Interventionsstreitmächte besiegt. Leider hat es nicht ganz ausgereicht und hier ist noch diese total geschwächte Interventionsstreitmacht am Leben. Die wird vermutlich nicht in der Lage sein, irgendwas hier kaputt zu machen, aber seien wir ehrlich, Ärger wird sie sicherlich trotzdem noch irgendwie machen. Und das wollen wir nicht. Nun, das wollen wir nicht. Wir haben alles gemacht, was wir hier machen konnten. Wir gehen in den nächsten Zug und hoffen das Beste. Ach so, ja genau, da können wir ausbauen. Bringt aber nichts, da sind ja gleich die Dunkelelfen, also whatever. Interessanterweise ist Lothurn oder Lothurn oder Lothurn, je nachdem wie ihr das ausgesprochen haben wollt, von mir erobert worden. Und die Hochelfen von Lothurn sind vom Orden der Lehrmeister absorbiert worden. Und so wie es aussieht, macht es auch Sinn, denn der Orden der Lehrmeister, dem geht es besser als, oh, dem geht es besser als, äh, naja, den ursprünglichen Hochelfen. Die Frage ist, wird es reichen, um sich gegen Nagarond und die anrückenden Kult der Freudenspaßvögel, Kult der Sinnesfreudenspaßvögel zur Wehr zu setzen. Hm, gut, sie werden auf jeden Fall nicht mehr in der Lage sein, mich an dem Ritual aufzuhalten, oder vom Ritual aufzuhalten. Ja, okay, Thorstein High wird überrannt, schade, müssen wir nicht kämpfen, auch wenn ich denke, ich hätte es besser machen können. Oh, oh, nicht nur eine Armee, gleich zwei, Verzeihung, ich sollte was trinken. Hm, von wegen zwei Fullstacks, drei Fullstacks machen sich hier auf den Weg zu uns. Na toll. Hm, na toll. Oh. Was ist das? Hä? Warum ist da noch eine Interventionsstreitmacht? Sag bloß, Gegner können mehrere, zwei Interventionsstreitmachten losschicken, beim letzten Ritual. Ah. Hm, und die, oh, okay, oh, und da sind die Skaiden. Und es sind eine Menge Skaiden. Na gut, na gut, na gut, es sind eine Menge Skaiden, die da kommen. Eigentlich möchte ich lieber Worts Amboss verteidigen, als diese doofen Hochelfen zurückschlagen. Auf der anderen Seite nerven die schon echt, echt sehr. Na ja, na ja, ein bisschen Zeit haben wir, um sie zurückzuschlagen, oder ein bisschen Zeit haben wir. Kommt. Die kriegen wir kaputt. Machen wir automatisch. Können sogar mit Blitzschlag machen. Machen wir auch. Das war das Ende von ihnen. Und wir besetzen den Spaß. Wut? Wo gehen ihr denn hin? Hm. Okay, die Provinz gehört wenigstens uns. Wir machen endlich mal verbesserten Waffenschaden, damit sie uns noch besser geht als vorher. Können wir die noch angreifen? Leider nicht so richtig und jetzt habe ich mich schon bewegt. Na toll. Okay, wenigstens waren die Fluste so gering, dass wir es trotzdem regenerieren werden. Okay. Hm, jetzt wünsche ich... Obwohl, die Mauer ist ja schon gut ausgebaut hier. Gut, gucken wir mal, was die Zwerge hier machen. Die Zwerge machen uns weiter Ärger. Ist mir jetzt allerdings egal. Wir schicken jetzt eine Armee Gen-Zwerge. Und wo sind sie? Sie sind hier auf der Insel und sie sind da. Die öffentliche Ordnung ist hier nicht so optimal, aber ist mir jetzt egal. Bel-Aliad. Vielleicht sollte ich mich auch gar nicht damit beschäftigen zu erobern, sondern einfach nur dem Erdboden gleich machen. Und diese zweite Armee ist deutlich weniger stark als die letzte, habe ich das Gefühl. Alles nur Fernkämpfer. Hm. Sind das Skaven? Hm. Was ist das denn hier? Nee. Eine Ruine. Mittendrin. Wo ist das? Das Chaos. Das Chaos ist wieder weg. Aber das Chaos ist weg, weil... Die Hochelfen von ihrem Ritual abgehalten wurden. Hm. Interessant. Gut. So wie es Amos sieht, ist unser Gegner jetzt normal direkt vor unserer Nase. Na danke. Wir greifen ihn noch mal an. Können wir das irgendwie besser machen? Er hat so viele Fernkämpfer. Ich habe keine Lust, den von Hanf zu kämpfen. Machen wir ihn automatisch. Unser Kräfteverhältnis ist eigentlich sehr gut. Ugh. Zwei Tempelwächter verloren. Das ist ärgerlich. Aber die können wir gleich neu bauen. So. Die sind vernichtet. Wir haben weiter das Level bekommen. Hm. Machen wir mal unsere Plankler noch besser als vorher. Genau. Von denen haben wir jetzt nämlich schon einige. Jetzt erledigen wir die. Und da sie gerade plündern, müssen wir doch eigentlich in der Lage sein, sie haben steht... Oh, nee. Noch ein Regiment verloren. Hm. Na gut. Führerschaft plus sieben bei Angriffen. Armee für die ganze Armee. Das ist gut. Oh. Oh. Göttliche Tafel des Schutzes. Das ist ziemlich gut. Okay, aber das erste, was wir machen müssen, ist weitere Truppen rekrutieren. Am liebsten würde ich die Tempelwächter nehmen. Nur vier Stück von ihnen. So, dann sind wir halt zwei Züge außer Gefecht. Und zwei Züge? Naja, zwei Züge sind eben zwei Züge. Das kann jetzt schon ein bisschen problematisch werden. Hier, unsere Gegner warten noch, bis sie ihre Belagungswaffen aufgebaut haben. Können wir den Angriff zurückschlagen mit einem Blitzangriff? Können wir nicht. Können wir nicht. Ich glaube, ich lasse sie lieber auf meine Mauern stürmen. Das ist mir lieber. Aber ohne Verstärkung? Ohne Verstärkung wird es, glaube ich, ein harter Kampf. Wir müssen so schnell... Oh, da kommt noch mehr. Karakzon hat wenigstens Mauern Glück gehabt. Hier sind überall Mauern oder Mauern werden jetzt gerade gebaut. Schwarz Atom, wir bauen mehr Wachstum, klar. Hier oben waren wir, glaube ich, schon fertig. Unser Ritual braucht noch ewig. Unglaublich. Unglaublich. Aber okay. Ich denke, der schwarze Turm wird sich schon halten können. Wenigstens für einen Angriff. Das sei denn, unser Gegner greift mit allem an, was er hat. Was ich nicht glaube... Was ich nicht glaube... Ja, wir werden sehen. Turm von Lysean. Sollen wir den ausbauen? Sollen wir das Geld investieren? Machen wir mal. Und vor allem in den gleißenden Turm investieren wir noch ein bisschen was. Ich hoffe, unsere Verbündeten hier haben einen gemeinsamen Feind in diesem... Nein, natürlich nicht. Weil, wieso auch, Dunkelelfen sind die Freunde von diesen Echsenmenschen. Krieg beitreten gegen Kult der Sinnesfreunden. Wie wäre es? Niedrig. Na toll. Wollt ihr wenigstens mit mir handeln? Nein. Nicht mal ein Nicht-Angriffspakt. Nicht mal ein Nicht-Angriffspakt. Na gut. Und ihr wollt wahrscheinlich immer noch keinen Frieden. Ihr wollt erst Frieden, wenn wir vor eurer Haustür stehen und die Tür eintreten. Nicht wahr? Ganz genau so ist es. Okay. Okay, ich bin so ein bisschen... So ein bisschen Angst. Denen in den nächsten Zug zu gehen. Nein! Boah, ich hoffe, die Verteidigung hier hält das aus. Mann, wir haben eher williges Steger-Dom. Das klingt hier nicht so leicht kaputt, aber trotzdem. Jetzt wünsche ich mir, ich hätte hier mehr Truppen. Jetzt wünsche ich es mir wirklich. Na gut. Und ich hoffe, es kommt keine dritte Interventionsstreitmacht. Aber seien wir ehrlich, es wird wahrscheinlich noch eine von den Dunkelelfen kommen. Okay. Dann bin ich in die nächste Runde. Hoffen wir das Beste. Mann, 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 sind das viele Skaven. Mann, sind das viele Skaven. Und was macht ihr? Hä? Hä? Ich bin rausgegangen und dann haben sie es erobert. Na toll. Hm. Okay. Vielleicht sollte ich auch einfach hier dieses ganze Gebiet aufgeben. Scheinbar entsteht sowieso ein neuer Kampf zwischen den Dunkelelfen und den Hochelfen hier. Boah, was sind das denn alles für Fähigkeiten? Seelenregen? Ja, verloren. Schade. Aber die Armee ist nicht so stark. Die werden wir recht schnell überwenden. Mit unserer Kroga-Armee. Mistviecher. Himmelskessel. Noch mehr magischer Schaden? Und Peitsche des Kain. Wow, die haben vier magische Angriffe, die sie einfach so einsetzen können. Puh. Ja, es ist ganz klar, dass sie es auf Walls Ambus abgesehen haben. Und zwar mit drei Armeen. Plündern tun sie auch noch. Hm. Hm. Ja, okay. Und natürlich die Zwerge. Interessanterweise ist diese andere Zwergenfraktion immer noch nicht dabei, uns anzugreifen. In dieser einen. Oh. Oh, Schande. Da kommen die Zwerge. Oh, Schande. Da kommen die Zwerge. Na, mit Zwerge mache ich die Skate. Und ausgerechnet jetzt von diesem riesigen Waffenschaden. mit super starken Lords mit super starken Lords mit super guter Artillerie. Das wird hart. Das wird hart. Ich wünschte, ich hätte einen Heiler dabei. Bei wenigstens haben wir einen super guten Himmelszauber. Ein paar Kroxigore. Unser Gegner zweimal hellebadiere ich hier. Eins, zwei, drei, fünf, sieben, acht Regimente hellebadiere. Oh, okay. Okay, dieser Kampf verdient seine eigene Episode. Deswegen, danke fürs Zusehen. Und bis zur Schlacht um den goldenen Turm. Und bis zur Schlacht um den goldenen Turm.